Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2 20er. Wir sind live. Es ist Mittwoch, der 4. November. Und wenn ihr es am Donnerstag hört, dann heißen wir euch herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr genießt das schöne Wetter, die obligatorische Wetteransprache. Natürlich, weil sonst ist das Leben auch ungenießbar. Sonst ist das Leben ungenießbar. Wir sind wieder da. Back am Stissel, sozusagen in Real Time. Nein, wir haben ja zwei Wochen vorproduziert, die letzten zwei Folgen. Und es ist eine Menge passiert. Heute passiert eine Menge etwas Weltbewegendes wahrscheinlich. Ich weiß es noch nicht. Momentan sind ja die US-Wahlen. Wir sind gebannt vor unseren Fernsehern und schauen uns an, was da drüben fabriziert wird. Das Ergebnis dauert leider, oder was heißt leider jetzt für die Folge? Es ist noch alles ein bisschen unklar. Ich würde sagen, aktuell, wir haben jetzt Mittwoch, 12.38 Uhr, der 4. November. Aktuell geht alles so ein bisschen in Richtung Biden. Aber es ist natürlich nicht wahr nach Trump. Ja, genau. Das stimmt nicht. Trump würde am liebsten aufhören, jetzt die Votes zu zählen. Aber nur in den Staaten, wo er voraussichtlich verliert. Naja, erstmal wollte ich mich bedanken zu den ganzen Nachrichten, die ich bezüglich dem Staatsexamen erhalten habe. Ich habe sehr, sehr viele Nachrichten erhalten. War das wie Geburtstag haben? Ja, Geburtstag ist schon schöner. Was waren das denn für Nachrichten? Das hast du mir nicht erzählt. Ne, das habe ich dir nicht erzählt. Das war zu dem Zeitpunkt, wo du die Podcast-Promo auf meinem Account hochgeladen hast. Habe ich gut gemacht, ne? Das hast du sehr gut gemacht, Melissa. Ei, kurz streicheln. Danke. Und da haben wir tatsächlich viele von euch geschrieben. Das hast du mir gerade auf meinem Pony gestreichelt. Sorry, kommen wir gleich zu. Da haben mir viele geschrieben und nochmal Glück gewünscht und auch noch viele im Nachhinein geschrieben, E-Mails geschrieben. Und ja, da wollte ich mich nochmal für bedanken. Ich weiß das sehr zu schätzen und habe mich natürlich gefreut. Auch wenn es, das müsst ihr auch verstehen, immer wieder ein, wenn man damit nicht so viel Positives verbindet und jetzt auch im Nachhinein eher lieber damit abschließen würde, war es manchmal ein bisschen, oder verstehst du, was ich meine? Es ist immer dadurch präsent. Auch wenn mich jetzt natürlich immer noch im Freundes- und Bekanntenkreis Leute fragen oder, ja. Ich habe, also das kann man ganz gut vergleichen. Das hatte mal jemand jetzt gepostet, dass er eigentlich ein totales, dass er seinen, jetzt weil ich Geburtstag als Beispiel genannt habe, seinen Geburtstag gar nicht mag und ihm das unangenehm ist, eher darüber zu reden. Und ich glaube, das kann man so ganz gut vergleichen, natürlich mit einem anderen Ausmaß oder vor einem anderen Hintergrund. Aber es geht darum, dass wenn ein Thema generell ein Unwohlbefinden bei jemandem auslöst, egal ob es gerade, gerade auch mal einfach mal das genießen kann oder einfach sagen kann, okay, ich nehme mir jetzt so Glückwünsche an, ohne dass es sozusagen noch ein weiteres Ausmaß hat, zum Beispiel noch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich glaube, das ist schwierig als einzelner, als einzelne Person zu differenzieren, da man einfach super viel Schlechtes jetzt in deinem Fall damit verbindet und schon von Anfang an nicht so das Gefühl hatte, sich mit einer Sache identifizieren zu können. Und ich glaube, wenn das dann dein Leben ausmacht, fragst du dich ja auch so ein bisschen selber, wie du das platzierst richtig und wie du darüber reden kannst, jetzt in diesem Fall das Studium zum Beispiel. Und es ist aber ganz witzig, ein bekannter, unabhängig jetzt, dass es mein Letztversuch war und ich sage mal, ich weiß, wie es die letzten Meile gelaufen ist und ich habe jetzt nicht unbedingt ein besseres Gefühl, so, dann kann man so ein bisschen 1 plus 1 zusammenzählen, auch wenn ich für mich damit auch mit dir zusammen schon echt gut abschließen konnte. Und witzigerweise hat neulich aber nochmal ein Bekannter, also danach zu mir gesagt, unabhängig von dieser ganzen negativen Erfahrung, die ich die letzten Jahre explizit mit dem Staatsexamen hatte, mit dem Durchfallen hatte und mit der Angst vor dem, was passiert und was die nächsten Jahre kommt und was ist ohne Abschluss und was ist, in welche Richtung will ich eigentlich, meinte ein Bekannter neulich zu mir, du hattest jetzt im Nachhinein, du hast nie stolz darüber oder du hast nie davon in einer Art, ja oder wie, nie positiv darüber berichtet, auch zu dem Zeitpunkt, wo ich noch gar keine Schwierigkeiten damit hatte. Also ich, was ich damit sagen will, normalerweise ist dieses, man studiert Jura und man hat dazu eine Verbindung und vielleicht finden das die Eltern auch toll oder, ich sag mal so, in der Gesellschaft ist es relativ akzeptiert und hoch angesehen, alle sagen immer, oh. Und der meinte, immer wenn dich Leute gefragt haben, hast du das Thema am liebsten so schnell wie möglich abgehakt, weil ich nie auch die ersten Jahre oder, ich sag mal die ersten, keine Ahnung, fünf Jahre oder vier Jahre bis zu meinem Examen, ich eigentlich auch nie mich da drin gesehen habe und es trotzdem gemacht habe, dazu stehe ich ja auch. Aber das ist ja auch das, was man dir ja auch hoch anrechnen muss, ne? Also dass du, also wahrscheinlich würdest du es so nicht nochmal machen, aber im Endeffekt beweist es ja auch voll die Stärke, dass man sagt, nur das, was ich angefangen habe, führe ich jetzt auch zu Ende. Und es ist ganz klar so ein Learning, ne? Du fragst dich jetzt vielleicht an anderen Punkten deines Lebens zu anderen Themen, ob du etwas anfängst und dir schon ungefähr denken kannst, wohin es führt, ob du das dann wirklich machst, wenn du eigentlich ein schlechtes Bauchgefühl hast und ob du nicht dann eher die Stärke darin siehst, dich hinzustellen und zu sagen, nein, ich breche das jetzt ab zum Beispiel und da direkt auf, keine Ahnung, vielleicht Gegenwind oder weiß ich nicht, dass du irgendeine Erwartung nicht erfüllst oder, 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 würdest du wahrscheinlich als anders entscheiden oder würdest du vielleicht in anderen Situationen anders entscheiden. Aber was dir halt jetzt niemand nehmen kann, ist tatsächlich, dass du es so lange durchgezogen hast, dass du genau den Weg gegangen bist, den andere gegangen sind. Ich mache mir da auch keinen Vorwurf, sage ich ganz ehrlich, weil wenn ich es mir rückblickend anschaue, und das habe ich dir auch neulich gesagt, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich war zu jung. Also, ich war nicht zu jung, sondern, also generell gesehen, objektiv gesehen war ich nicht zu jung, sondern ich war für mich, für mein Leben war ich zu jung. Ich wusste das, ich habe mit 17 Abi gemacht, ich habe mit 18 entschieden, dass ich das machen will, aus dem Grund, weil alle aus meinem Kreis irgendwie studiert haben und ich kein Mathe konnte und somit sind die Wirtschafts- und Maschinenbaustudiengänge für mich nicht in Frage gekommen und dann meinte ein Freund von mir damals, ja, dann mach doch Jura. Also, so ist das entstanden. Und es ist aus keinem anderen, meine Eltern wollten das nicht für mich, ich wollte das nicht für mich, meine Familie wollte das nicht für mich, sondern ich habe gedacht, na gut, dann mache ich das halt. Und dafür ist das viel zu groß. Ja. Dafür ist das zu groß. Ja, ja, ist krass. Und ich finde es halt immer wieder irgendwie Wahnsinn, weil es ist witzig, weil Flo und ich haben uns nach der Zeit kennengelernt und so wirklich aktiv zur Uni gegangen, bis Vorlesungen hattest. Das heißt, ich hatte gar kein oder ich habe gar kein Gefühl dafür, wie jetzt das Jurastudium bei dir aussah. Und deswegen habe ich mich auch selber, und das habe ich dich ja auch gefragt, wie das sein kann oder wie das möglich ist, dass man zum Beispiel gut durchkommt und dann an einer Prüfung, die so alles entscheidend ist, gefühlt. Und jetzt muss man auch das relativieren, weil es ist nicht alles entscheidend, weil es ist nicht das Universum. Und ich glaube, man muss sich da auch rauszoomen und als, wie sagst du es immer so schön, als dritte Person über sich schweben. Und das habe ich ja auch dir versucht, die ganze Zeit auch klarzumachen, dass das gerade so groß scheint alles und so wichtig scheint und dass das aber alles irgendwann keine Rolle mehr spielt. Und ich glaube, das muss man sich immer vergegenwärtigen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich fand es krass, dass das ein System ist, jetzt in so einem Jurastudium, wo es dann alles oder nichts bedeutet. Und eine ganz witzige Einwand von meiner amerikanischen Freundin heute Morgen, mit der ich geschrieben hatte, auch bezüglich der Wahl, und dann hatte ich ihr das auch erzählt. Und sie so, ey, ich habe das noch nie gehört tatsächlich, dass man irgendwann durchfällt von der Prüfung. Und, you know, bei uns ist es halt so, man kauft einfach so oft diese Exams, bis man durch, also bis man besteht. Und jetzt Real Talk, so ist es da drüben halt einfach auch so. Man kauft, aber das ist ein anderes Thema. Aber dieser Punkt, was auch psychisch dann einfach eine Rolle spielt, das finde ich einfach, finde ich voll Wahnsinn. Und dann finde ich es voll krass wiederum, dass man so weit kommen kann und dann im Endeffekt in der letzten Instanz doch scheitern kann und fünf Jahre anscheinend doch nicht gereicht haben. Ja, dazu muss ich sagen, was, glaube ich, mein größtes Problem ist, ist die, beim Staatsexamen, also sorry für alle Juristen, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es interessant, vielleicht ist es nicht interessant, aber ich versuche es kurz zu machen. Das Studium, wie in jedem anderen Studium, bearbeitet während des Ablaufes kleine Kapitel. Und sich auf die kleinen Kapitel vorzubereiten und da das Gelernte anzuwenden und es auch logisch nachzuvollziehen, damit hatte ich witzigerweise nie große Probleme. Das ist mir nie schwer gefallen. Ich habe ja auch meinen Schwerpunkt fertig gemacht. Ich habe auch da eine gute mündliche Prüfung gemacht. Alles lief top, in Anführungsstrichen. Mein größtes Problem ist oder war, dass das Examen so groß ist, vom Stoff und so umfangreich, dass du dich komplett ohne Lücken vorbereiten musst und dann während der Klausur oder während des Exams aber auch eine Struktur entwickeln kannst, wie du durch dieses Labyrinth kommst. Und ich hatte einzelne Ansätze oder habe einzelne Ansätze, auf die ich zurückgreifen kann, aber um das ganze Labyrinth zu durchqueren, da biege ich zu oft falsch ab. Und deswegen hatte ich eigentlich nie Probleme im Studium, sondern deswegen war das Examen oder ist es so, gerade ich, sage ich auch ganz ehrlich, ich bin der Letzte, der jetzt auf das, wie es in der Prüfungsordnung festgelegt ist oder wie Leute korrigieren, das ist ja bei Jura auch immer fraglich, sondern da sage ich ja auch das. Und das habe ich ja auch am Freitag, am letzten Tag dann zu dir gesagt oder am ersten Tag, wo es mir echt schlecht ging, dass ich gesagt habe, dann kann ich das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ja. So, ich kann das, was gefordert wird, kann ich nicht. Du hast ja auch immer gesagt, wenn du dreimal bei sowas dann durchfällst. Habe ich mir selber gesagt. Dann soll es wirklich nicht sein. Nein, auch vom Können in Anführungsstrichen, von dem, was abfallt. So, dann ist man halt durchgefallen. Das ist ja nicht irgendwo weit hergeholt und auch nicht bei drei Malen irgendwie. Voll. Aber ja, ich glaube, es war auf jeden Fall eine intensive Zeit. Ich glaube, ich habe halt auch viel gelernt jetzt auch in der Phase oder jetzt erstmal natürlich in der großen Phase, aber auch gerade in der Phase der Prüfung. Melli war sehr für mich da an der Stelle nochmal auch öffentlich in Anführungsstrichen ein großes Kompliment an dich, kleinen Stinkefuß. Ich bin der kleine Stinkefuß, der immer da stand und reingestimmelt hat. Nein, Spaß. Also, der dann immer abgeholt hat. Aber ich glaube, was wichtig war, vielleicht habt ihr ja auch die Erfahrung, dass jemand oder jemand braucht Unterstützung oder so. Ich glaube, es ist wirklich einfach dieser Prep-Talk, das positive Mindset, etwas, was man weitergeben muss und sagen muss, dass da keine Erwartungshaltung ist. Weil ich glaube, das, was richtig schwierig ist irgendwann, ist eine Erwartungshaltung zu erfüllen, die man an sich selber hat oder wo man denkt, dass andere an sie hätten. Es ist nur der gesellschaftliche Druck. Genau. Es ist ja nur... Es ist nur der gesellschaftliche Druck. Ja, weil wenn du es... Dass alle sagen, ach, du machst das schon, du bist doch ein schlaues Kerlchen, kein Problem. Es ist nur der Druck, der dir auferlegt wird von anderen. Oft sind es die Eltern. Das ist bei mir zum Glück nicht. Aber ich bin trotzdem ein Mensch, der unglaublich viel Wert darauf legt, immer noch. Ich versuche es abzulegen die letzten Jahre, aber immer noch sehr viel Wert darauf legt, was andere von ihm denken. Und bei mir war es zum Schluss oder die letzten ein, zwei Jahre, seitdem wir den Podcast machen, war es nur der gesellschaftliche Druck. Nur das Rechtfertigen müssen, wenn es nicht klappt. Voll krass, aber was man selber, glaube ich, auch für sich lernen muss, ist das Floskeln. Und das ist nichts anderes, als wenn dir jemand sagt, komm, das wird schon oder da wird dein Quäntchen Glück dabei sein und du wirst schon da durchkommen, das machst du schon. Das ist irgendwo ein Unwissen. Das ist ein Feingefühl. Und das sage ich mir in letzter Zeit auch voll oft, dass ich aufpassen muss, dass ich die Erwartungshaltung, die ich an andere habe, dass das nicht dazu führt, dass ich eigentlich egoistisch durch die Welt renne und nicht verstehe, warum jemand da kein Feingefühl hat oder da das sagt oder da das sagt. Weil das kann ich auch nicht erwarten. Ich muss nicht erwarten, dass jeder genau versteht, was ich mache oder dass jeder versteht, was diese Prüfung bedeutet. Und im Endeffekt ist das, wenn man zum Beispiel, dass jemand zu dir sagt, das machst du schon, es ist eine Unfähigkeit, irgendwo auch da das Passende zu sagen. Und das ist aber nicht schlimm, weißt du. Nicht immer findet man die richtigen Worte. Vor allem nicht, wenn man sich einmal im Monat beim Kaffee irgendwo in der Innenstadt in einem Saftladen sieht. Ich glaube, das ist voll wichtig zu begreifen. Und das Wichtigste, und das ist wirklich das, was ich auch gesagt habe, das Wichtigste ist, dass du dich selber in den Spiegel angucken kannst und da völlig fein mit bist und auch in den nächsten Jahren völlig fein damit bist, wie das alles gelaufen ist. Und vor allem halt deine nächsten Menschen. Und ich sage mal so, wenn da jemand sich hinstellt und dass da ein Unverständnis ist oder so, dann... Das kommt ja nie. Das ist ja der Witz. Das kommt ja nie. Das ist ja der Witz. Und selbst bei den Leuten, bei deinen Freunden, die eventuell da auch nicht erstmal so ein Feingefühl haben, das sind alles Sachen. Wir haben ja schon mal in dieser Selbstbewusstseinsfolge darüber geredet. Im Endeffekt denkt jeder in letzter Instanz an sich selbst. Und das ist gar nicht schlimm. Aber im Endeffekt ist jeder natürlich so egoistisch genug, dass er ja... oder dass keiner jetzt... Keiner liegt für dich nachts wach. Nein, und keiner denkt sich jeden Tag, oh mein Gott, Flo hat das nicht bestanden. Ja. Oder, ja, das ist Flo, der hat das damals nicht bestanden. Also, das ist ja so weit hergeholt, die meisten haben schon vergessen, was du studierst. Weißt du? Ich hab das ja... Glaub mir, ich merke das ja immer wieder. Ich denke zum Beispiel, ich hab ein öffentliches Leben irgendwo, ich trage viel nach außen. Und, ähm, dummes Beispiel, keine Ahnung, ich hab bei About You vor zwei Monaten aufgehört. Und momentan bewerben die wieder, das ist eine neue Bewerbungsphase. Weißt du, wie viele schreiben? Aber du gehst nicht, oder? Oder du, äh, machen wir das zusammen? Oder, ähm, bist du nicht mehr bei About You? Bist du fest bei About You? Das bedeutet, das zeigt einfach nur, wie Bruchstücke aufgesogen werden von der Masse an Menschen, wo du denkst, dass sie dich jeden Tag begleitet oder uns hört und, ja. Gut, das sind nicht die Leute, die in einem Leben dann eine große Rolle spielen, ne? Also, das sind ja dann keine bekannte Freunde und Co. Nein, aber wiederum, wie oft ich zum Beispiel auch erklären musste, zum Beispiel, wenn ich jetzt an mich denke, ähm, keiner von meiner Familie weiß, wie ein Fernstudium abgeht und trotzdem mache ich es. Keiner von meinen Freunden weiß, wie ich ein Fernstudium mache. Das kann ich doch auch nicht erwarten, weil wenn ich darüber nachdenke, weiß ich auch nicht, was meine beste Freundin an der Arbeit macht. Ich weiß nicht, was die beiden machen, so. Das ist so, wo man sagt, fass dich auch mal an die eigene Nase, was weißt du denn wirklich über deine Freunde, was so gerade diese Arbeits-Business-Sachen angeht. Und da muss ich sagen, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich genieße das umso mehr, dass ich mir mit meinen engsten Leuten treffe und dass es um alles geht, aber nicht um Uni, Beruf, keine Ahnung, irgendwas, wovon du eh, wo du jeden Tag E-Mail, ich muss nicht sagen, ich hab die und die E-Mail jetzt beantwortet, weil im Endeffekt geht's darum, dass wir uns treffen und über entweder Bullshit reden oder irgendwas emotional oder irgendwas, wo einfach das Gefühl, der Vibe stimmt. Und ich glaube, du wirst dich dann auch nur mit den Leuten umgeben, die einfach dich angucken und merken, das ist vielleicht gerade gar kein Thema und ich hab keinen Bock auf irgendwelche Floskeln und ich hab keinen Bock auf, beim Kaffee sitzen und zu erklären, dass es nichts für dich ist und sowas, weil das muss gar kein Thema sein. Mhm, voll. Deswegen, naja, das war ja eine lange, lange, lange Einleitung. Ist nicht schlimm, war ja wichtig. War wichtig, ja. Und ja, auf jeden Fall, vielleicht hilft euch das ja auch ein bisschen, wenn ihr da draußen irgendwie studiert oder eine Ausbildung macht oder Sachen macht, wo ihr denkt, es wäre das Richtige, aber wenn ihr eigentlich auf euch hört oder mit euch seid, ihr merkt, vielleicht, eigentlich würde ich was ganz anderes machen oder ich kann das viel besser. Und auch das, wenn ihr, wenn ihr Anfang 20 seid, lasst euch da nicht beunruhigen, unabhängig davon, ob ich vielleicht da auch ein kleiner oder ein Spätzünder bin, merkt man ja über die Jahre, wenn man andere Dinge macht, was man eigentlich gerne macht und in was man eigentlich gut ist. Und genau, always keep your head high. Und die englische Überleitung passt, wenn ich weiß, nur ganz kurz, wir haben es schon angeklungen, vielleicht wisst ihr jetzt schon, wer der nächste Präsident in den USA ist. Wir müssen nur kurz, ich will kurz nur darüber reden, dass man sagen muss, wir haben heute geschockt, die ersten Stunden der Wahlergebnisse geguckt und in wie verstrahlt Donald ist. Und ja, wollen wir darüber reden oder nicht? Ich bin ehrlich, ich habe nicht ein großes Wissen darüber, so richtig. Ich weiß aber auch zum Beispiel, also jetzt abgesehen davon, dass ich natürlich denke, dass Donald Trump nicht an dieser Position, nicht in dieser Position sein sollte. Dass Biden auch sehr konservativ ist, also das ist für viele auch, so damals wie bei Clinton auch, gerade für BIPOC so ein bisschen schwierig ist, ist jetzt auch den, nicht akzeptieren, aber zu feiern, so ein bisschen. Aber ich habe tatsächlich wenig. Aber klar, da habe ich auch gute Kommentare gelesen, wo es ja immer so ein bisschen darum geht, aktuell geht es gar nicht um Biden. Weißt du, aktuell geht es vielmehr darum, dass ein Mann, der gar nicht mehr reflektiert handeln kann, der ja, viele Psychologen sagen ja, der ist in einer Art und Weise gestört, dass der wirklich glaubt, was der sagt. Und das ist ja so ein bisschen das Verstörende. Wir können kurz Wissen mit F machen, das nennt sich übersetzt Wissen mit Flo. Okay, das beeindruckt dich gerade. Ja, schon. Wie lange hast du daran überlegt? Gerade eben. Das ist eine Lüge, ne? Das hat er gerade gelogen, ich habe es in seinem Gesicht gesehen, ohne ihn anzugucken. Guck mich an, gerade eben. Ja, er hat gelogen. Okay, wenn du das glaubst. Und zwar hat die USA ja ein anderes Wahlsystem als wir Deutschen, es gibt in dem Sinne keine Direktwahl, sondern es geht danach, wie viele Staaten gibt es in den USA? Über 50, richtig? Das habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt. Ich glaube 53, oder? 49? Hilf mir jetzt mal. Ich weiß es leider nicht. Okay, jetzt kommen hier schon meine Spitzenau raus. Sorry, ich habe es nicht ausgesprochen. Und jeder Staat in den... Fetti. Hat sich wie Fetti angehört, aber ist es nicht. Und jeder Staat in den USA hat eine bestimmte Anzahl an Wahlmännern. Und das sind beispielsweise, wenn es zehn Wahlmänner gibt, dann sind vier von den Demokraten und beispielsweise sechs von den Republikanern. Und je nachdem, welche Partei in diesem Staat die meisten Stimmen hat, gilt das Prinzip, the winner takes it all. Das heißt, unabhängig... Also, verstehst du? Wenn die Demokraten beispielsweise mehr Stimmen haben und die Demokraten haben aber nur vier Wahlmänner und die Republikaner sechs, dann kriegen die Demokraten trotzdem alle zehn. Und somit bemisst sich... Also es ist... Deswegen konnte... War 2016 ja... Das haben sie ja... Ist ja nachträglich rausgekommen. 2016 hatte... Herr Clinton mehr Stimmen... Stimmen als beispielsweise Trump. Weil du kannst... Die effektive Zahl ist eine andere als das, was bei den Wahlmännern rauskommt. Aber, und das ist jetzt krass, ich glaube, dass... Ich hoffe, das ist jetzt kein... Ich glaube, ich habe das richtig gelesen, dass Trump jetzt trotzdem... Also sich trotzdem ja verbessert hat. Das finde ich ja so wahnsinnig. Im Vergleich zu 2016? Ja, das kann sein. Er hat mehr Stimmen als 2016. Und das ist so... Ich finde das Wahnsinn. Weil letztendlich ist es ja trotzdem sind es die Menschen, die den wählen. Und wenn ich dann wirklich sehe, dass wie 60 Millionen Menschen ihn gewählt haben, aus vielen Gründen, dann denke ich so... Ja, und vor allem, wenn man... Wow, da ist echt... Unabhängig oder abhängig von dem, was jetzt alles in den letzten Monaten passiert ist. Und von den Medien, die wir konsumieren, ja auch alle Talkshows, egal ob ein Kimmel, egal ob ein Trevor Noah, egal wer, ja eigentlich so berichtet, wie etwas passiert. Und das ist ja nicht... Also man kann es immer nicht glauben, wie viele... Und auch mit den Umfragen, da sieht man ja auch das große Problem der Umfragen, weshalb Trump 2016 so weit hinten lag und jetzt wieder so weit hinten lag, dass die Leute es ja in diesen Umfragen noch nicht mal ehrlich sagen können und dann trotzdem am Wahltag bei Trump das Kreuz machen. Das finde ich unglaublich. Ja, weil gerade diese Talkshows, die du gerade angesprochen hast, das erreicht tatsächlich nur eine gewisse Anzahl von Leuten und das sind trotzdem Millionen, aber es sind dann die Millionen, die educated sind und die sich vielleicht auch weiter mehr orientieren nach außen hin und... Und vor allem, es erreicht ja auch uns in Europa dann sowas. Genau. Und wie viele wegschalten, weil sie gar keinen, weil sie schauen alleine von der Grund... Und da muss es nicht mal um Politik gehen, es geht um andere Themen, die da schon nicht interessant sind. Wo ich jetzt mal gespannt bin, unabhängig, dass natürlich der amerikanische Präsident einen unglaublichen Einfluss auch auf die europäische Politik hat und auf die Zusammenarbeit zu Deutschland, wo ich mal sehr interessant bin, was ja auch von vielen... Ich hatte da lange mit meinen Eltern und Bekannten darüber mal geredet, aber auch du hast jetzt noch Freundinnen aus New York, denn du hast ja mal tatsächlich in New York gelebt, das haben wir lange nicht mehr erzählt. Aber Melissa hat, wie du immer im Podcast gesagt hast, viel gemodelt, oder? Ja. Warst du in New York zum Modeln? Ich war auch in New York, ja. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie die USA bei all dem, was da passiert ist, gerade mit den ganzen Black Lives Matter Diskussionen und den ja wirklich schon fast kriegsartigen Zuständen auf der Straße, wie unattraktiv dieses ganze Land für Leute geworden ist. Falls es noch nicht so war und wie, was das für einen Einfluss hat. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass man sagt, ich weiß nicht, also wir lieben zum Beispiel New York, wir haben uns da mehr oder weniger kennengelernt, ich bin damals hingeflogen. Wir vermissen diese Stadt, aber ich weiß, will man das dann noch? Will man das, genau. Möchte man einfach diese, ich meine, im Endeffekt ist es dann wahrscheinlich nicht New York in L.A., aber es ist dann halt so alles andere. Aber man hat immer so einen bitteren Beigesprach. Aber jetzt mal abgesehen. Aber es ist jetzt trotzdem ein Zeichen. Genau, abgesehen aber jetzt von uns, wo wir einfach sagen, letztendlich sind wir nicht Amerikan, wir sind kein amerikanischer Staatsbürger. Und im Endeffekt gibt es viel um uns herum, auch was gerade im Argen ist in Europa. Aber ich finde es so krass für ein Land und diese Wahlen, die so knapp sind, wo man einfach sagt, das spaltet eine Nation so. Wo man einfach sagt, okay, wahrscheinlich ist das so, wie das bei uns aufgefiddelt ist, noch irgendwie besser und spiegelt mehr wieder an politischen Orientierung als dieses wirklich das oder das. Voll. Und man sieht jetzt halt auch nochmal abschließend dazu, man sieht jetzt aktuell, wie gesagt, Mittwoch, 4. November, 13 Uhr, der Stand, dass teilweise jetzt aktuell in kleineren Staaten Biden oder Trump dann 7.000, 8.000, 9.000 Votes Vorsprung hat. Also ein perfektes Beispiel für dieses Every Vote Counts, gerade in diesem Wahlsystem, aber natürlich auch auf Deutschland bezogen und für die Wahlen hier, dass es wahnsinnig ist, wie es dann doch darauf ankommt. Ich gebe dir recht, gerade wenn, wie in den USA, es mehr oder weniger dann nur zwei Parteien gibt. Hier gibt es ja mehrere, aber gerade da sieht man, wie entscheidend das dann ist. Wahnsinn. Also es ist immer wieder, es nimmt einen dann doch, es huckt einen dann doch spätestens ein, zwei Wochen vorher. Und ja, wir können gespannt sein und spätestens nächste Woche wissen wir mehr. Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht. Ich bin aufgewacht heute. Ich will gar nicht sagen, Trump ist Präsident. Ich will das gar nicht. Also wisst ihr, wie ich meine? Okay, Leute, dann schnallt euch kurz an. Melissa will das nicht. Okay, also. Ich kann das gar nicht. Okay, also was machen wir jetzt? Aufhören. Rufen wir da an? Wir rufen an und sagen... No. Wir sagen... Dear Mr. President. Dear Mr. President, vielleicht sollten sie ein paar Energy Balls von Koroma zu sich nehmen, weil das würde ihnen auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie geben und ein bisschen mehr Brainmasse, um wirklich ein Land wie dieses zu regieren. Und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Werbepartner und das ist Koro. Zu unserem nächsten, zu unserem einzigen diese Folge, zu unserem Unterstützer Koro. Und das war natürlich eine grandiose, grandiose Überleitung von der Künstlerin Melissa Dobritsch. Creatorin, kreative. Bald Melissa Gerl. Aber noch Melissa Dobritsch. Unsere Hochzeit findet ja hoffentlich statt. Die findet ja statt. Der Termin ist fix. Standesamt, auch selbst wenn wir in der letzten Instanz zu zweit da sind, was irgendwie auch ganz cool ist, ist das ja relativ, also ist das safe. Die Standesämter haben ja auch in der Hochzeit zum Lockdown, haben sie auch relativ schnell wieder ihr Business aufgenommen. Ja, das können die, den Verzug könnten sie ja gar nicht aufholen. Das sind ja alles feste Termine die nächsten Monate. Und ja, vielleicht holen wir zum Standesamt zumindest ein paar Energy Balls von Koro rüber. Oh wow, wie witzig wäre es, wenn ich einfach das Snacken anfangen würde. Ja, die Snackmaschine Melissa holt dann vom Standesamt erstmal die Mandeln raus. Für alle, die Koro noch nicht kennen, ihr seid herzlich eingeladen, mal auf korodrogerie in einem Wort.de zu gehen und euch jegliche Nascherei oder auch gesunde Müsli-Alternative zu bestellen und dabei auch noch 5% zu sparen mit dem Code 220er, groß und zusammengeschrieben. Du hast vorgestern nochmal eine Nachricht bekommen, der Code gilt immer noch, solange wir mit denen zusammenarbeiten und wie gesagt, die sind seit Tag 1 an unserer Seite vom Sponsor. Und durchgängig. Durchgängig und haben jetzt natürlich auch, und ich glaube, da haben sie sich nochmal übertroffen im Vergleich zum letzten Jahr, wieder einen Adventskalender. Wir haben uns zwei bestellt, die werden ab dem 15. November verschickt und entweder, ihr könnt ihn so ein bisschen blind bestellen, weil, wenn ihr da ein bisschen länger dann auf der Website mal guckt, da wird natürlich ein bisschen gespoilert, steht aber auch ganz fett oben drüben, Achtung Spoiler-Alarm. Spoilern wir jetzt? Nein, weil wir wollen ja nicht sagen, was da drin ist. Ich weiß nur, ich weiß zum Beispiel, was beim 24. drin ist, aber das verrate ich dir nicht, das verrate ich auch euch nicht. Das ist auch noch nicht. Darf ich aber was fragen? Es ist kein Nur-Moos-Kalender. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Es ist ein Triegel. Wow. So, jetzt wieder Ruhe bewahren, bitte, bevor Melissa hier schon sich die Box rausholt. Falls ihr daran Interesse habt, schaut gerne vorbei und danke für die Unter... Unterstützung. Werbung. Ende. Wir haben es letzte Woche angekündigt, Freunde. Wir haben jetzt Sex. Oh, Spaß. Wir haben nämlich keinen Sex. Das haben wir am Anfang der Beziehung festgestellt und haben einfach gesagt, das ist nichts für uns. Und deswegen braucht ihr euch gar nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie über unser Sexleben reden. Wir haben gar keinen Sex. Wir haben gar keinen Sex. Das tut uns auch tatsächlich gut. Das ist voll fein. Braucht es gar nicht. Ja, aber es ist wie Fasten. Da kommt man einfach zum klaren Kopf. Okay, jetzt sind wir ehrlich, wir haben alle vier Jahre einmal Sex, oder? Es gibt es ja. Das hatten wir jetzt das erste Mal jetzt nach unserer vierjährigen... Ach so, ja, genau. Genau. Alle vier Jahre. Nein, wo gibt es das denn, dass man alle vier Jahre Sex hat? Nein, es gibt es nicht. Aber zumindest, wir sind ja noch nicht verheiratet. Es gibt ja viele in anderen, ne? Also da muss man aufpassen. Aber jetzt frag dich mal, warum die ganz vielen Menschen nach zwei Wochen im Prinzip schon dann heiraten, weil es gar keine andere Option gibt, anders zusammenzuziehen. Ja, ja, okay, gut, da hast du noch die Kurve bekommen. Das ist ganz wichtig, weil es oft in den Religionen keine Genehmigung, in Anführungsstrichen, gibt, in eine eigene Wohnung zu ziehen zusammen. Aber ja nicht, um direkt miteinander schlafen zu wollen. Da muss man aufpassen. Aber wir haben heute tatsächlich unsere erste richtige Sex-Folge, nachdem ja die Sex-Podcasts sehr erfolgreich sind. Weil natürlich in der Gesellschaft witzigerweise, und es ist ja bei uns oder bei mir genauso, man redet da einfach mit Freunden ab und zu drüber. Also ich kann jetzt nur für mich reden, dass wir natürlich unter uns Jungs da uns immer ein bisschen austauschen. Aber, und das ist auch dieses, warum interessiert es so viele Hörerinnen und Hörer, weil man natürlich immer noch Sachen erfährt, über die man vergleichsweise, wie jetzt zum Beispiel Job, Familie etc., wenig mit anderen drüber redet. Und dass es immer noch so eine Art Tabu ist, obwohl es die meisten Menschen machen, obwohl wir alle nicht auf der Welt wären, denn unsere Eltern es nicht gemacht hätten. Und daher widmen wir uns jetzt mal. Dass wir Durchfall haben, fast. Ich habe keinen Durchfall. Nein, aber so von dem Ding, ich sage, ich hatte gerade Durchfall, aber ich war auf dem Klo. Ich glaube, darf ich kurz mal was sagen? Ich glaube, dass ihr letztendlich Jungs weniger über Sex reden als wir Mädels. Glaube ich. Boah, echt? Also, jetzt wirklich nur mal auf uns beide. Ich glaube, du redest mit deinen Jungs weniger als ich mit meinen Mädels. Und ich bin, aber... Also dann redet ihr ja nur. Ja, viel. Aber ich bin dann eher so zurückhaltend, muss ich schon sagen. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein anderes Ding, wenn Singles Sex haben. Weil ich jetzt... Aber ich weiß nicht. Naja, ich lese erstmal die Hörermail vor, die sehr, sehr interessant war. Und die es auch ausgelöst hat, dass wir uns heute überhaupt dem Thema widmen. Und da ist ein kleiner Vorspann, wo sie uns die ganze Zeit gelobt hat, den lassen wir aus. Nein, wirst du einen Satz legen? Ich bin toll, Melissa ist die Tollste, Flo ist okay, aber Melissa ist einfach nur Wahnsinn. Okay, dann lass sie jetzt anfangen. Wir nennen sie mal... Nee, Lisa sagen sie immer. Mia. 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 Was war das denn? Das soll hier aber nicht nur eine Fan-E-Mail sein, sondern auch ein Vorschlag für ein Hörerthema. Und zwar befinde ich mich in einem Dilemma. Ich habe in früheren Beziehungen und ich nenne es mal kurzweilige Bekanntschaften angefangen, Orgasmen vorzutäuschen. Ich konnte beim reinen Sex nicht kommen und habe gedacht, dass bei mir der Fehler liegt. So lief das auch zu Beginn meiner jetzigen Beziehung. In Klammern, wir sind mittlerweile seit dreieinhalb Jahren zusammen. Mit der Zeit wurde das Thema weiblicher Orgasmus gefühlt mehr in den Medien thematisiert und mir wurde bewusst, dass das Problem zumindest nicht nur bei mir liegt, sondern dass es vielen Frauen so geht und dass es auch normal ist, nicht jedes Mal beim Sex zu kommen. Das Problem ist jedoch, dass ich jetzt aus der Lüge, den vorgespielten Orgasmen, nur schwer wieder herauskomme. Auf der einen Seite möchte ich mit meinem Freund darüber reden. Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass er durch meine Lüge so verletzt sein wird, dass es zu spät zum drüber reden ist. Ich weiß, das ist ein sehr persönliches Thema und vielleicht fühlt ihr euch auch überfordert oder unwohl, darüber eine Folge zu machen. Ich finde, der weibliche Orgasmus wird noch zu sehr tabuisiert und ich hätte früher gerne gewusst, dass nichts falsch mit mir ist. Der Rest? Nö, der Rest ist... Ich glaube, das passt so. Ja. Sehr gut. Leute. Sehr gute E-Mail. Ja. Mia hat uns da tatsächlich auch direkt richtig eingeschätzt. Wir haben das Thema erst mal zwei Wochen vor uns hergeschoben, bis wir uns dazu entschieden haben. Aber wir haben auch nicht jetzt groß vorher darüber geredet oder so. Es war aber tatsächlich so, als wir das gelesen haben, haben wir so am Tisch und es war wirklich dieses, oh nee, wir können nicht, doch wir können, nein, wir können nicht, wir wollen wir darüber reden, wollen wir wirklich darüber reden. Wir haben uns natürlich jetzt, weil es wirklich auch schön gut zusammengefasst war, dazu entschieden, dass wir darüber reden. natürlich hatten wir Bedenken, dass wir jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht unsere eigene Beziehungskiste auspacken, um zu sagen, so ja, bei mir oder was weiß ich, ist das so. Aber ich kann auf jeden Fall so ein paar Sachen darüber erzählen. Dass du eigentlich auch die ganze Zeit was vorspielst. Flo, seit vier Jahren und das, die erste ist, was wir gesagt haben, wir hätten kein Sex, war natürlich eine Lüge. Wir haben jeden Tag Sex, aber ich werde jeden Tag leider dir was vorspielen müssen, weil es einfach nicht reicht. Wie, was vorspielen müssen? Ich dachte, du hast mir was vorspielen. Ja, also heute ja auch schon. Okay. Wie reagierst du darauf? Wie wäre das für dich? Nein. Also ich denke, der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, ist natürlich, dass man sagen muss, wir Männer bekommen davon ja genau, wie sie ihr Problem beschreibt, ja effektiv gar nicht so viel mit. Und trotzdem, und deswegen hat sie das so perfekt auf den Punkt getroffen, gehört dieser weibliche Orgasmus ja so mindestens oder eigentlich dann meinetwegen gleichwertig ja zu dem, zu der Wichtigkeit wie der männliche Orgasmus. Er gehört gleichwertig. Genau, genau. Genau. Aber was man einfach sagen muss, es ist, es sind welten, wie wirklich dann im Endeffekt so etwas erzeugt wird. Beim Mann tatsächlich gibt es so wenig, was im Prinzip dann daran gehindert wird, dass er nicht kommt, außer vielleicht Druck oder dass man überfordert ist mit der Situation. Bei Männern kann es Angespanntheit viel sein. Natürlich können auch wir uns Gedanken machen wegen irgendwelchen anderen Themen, keine Ahnung, wenn ihr einen One-Night-Stand habt oder wenn ich unwohl mit eurem, oder wenn der Mann sich unwohl mit seinem Körper fühlt, wenn eine unwohle Situation herrscht, wenn er gestresst ist, das sind alles so Sachen, die, sag ich mal, entgegen dem Mechanischen so ein bisschen im Widerspruch stehen. Ja, sonst ist es eigentlich beim Mann, sag ich jetzt mal, aus meiner oder von den Freunden von mir aus der Erfahrung, relativ simpel. Es ist mechanisch. Es ist ein Hoch- und Runterfass. Außer du hast natürlich irgendwo, keine Ahnung, immer da ein Problem mit. Aber man muss einfach sagen, ein Orgasmus bei der Frau ist alles andere als rein-raus. Das ist einfach erstmal wirklich das, was organisch da oder ja, was da unten einfach abgeht, im Sinne von, was da für Punkte sind, was da für Erregungen sind und zu all dem, was eh schon untenrum passiert, der Kopf dann einfach dazu mitspielen muss. Das ist einfach so ein großes Ding und es ist eine Kunst auch, dann tatsächlich sich fallen zu lassen, aber auch relativ schnell, dass man einfach auch sagt, man kommt. Also es ist ja auch wirklich super abhängig, dass es Frauen gibt, die einfach schnell kommen. Es gibt aber Frauen, die nicht so schnell kommen. Und das sozusagen zu matchen mit dem Partner, das funktioniert nur mit Kommunikation. und jetzt mal so auf meine Anfangs-, also auf wirklich zehn Jahre zurückgespult. Ich glaube, es ist so ein langer Prozess, dass eine Frau, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist generell, sich mit ihrer eigenen Sexualität befasst, dass sie weiß, was sie will. Ich kann mich an eine Frage von einem Mann erinnern, wo es, also jetzt auch, das war nicht irgendwie so trashy da gefragt, sondern ich hatte tatsächlich was mit dem, wo es einfach darum ging, auf was ich, was ich gut finde, was ich schlecht finde, wo ich einfach dann innerlich gestorben bin, was ja gar nicht sein muss. Ich wollte im Erdboden versinken, aber sich selber auch mal die Frage zu stellen, was man gut findet, das ist der erste Schritt, um überhaupt so das Gefühl zu haben, dass man mit einer anderen Person darüber reden kann. Und ich kann das super gut nachvollziehen, das ist so, also jetzt in Bezug auf unsere Hörermail, es ist ja sowas Intimes und es ist so ein intimer Akt und gerade, wenn du mit einer Person mehrere Jahre verbringst oder mehrere Monate, ist es ja fast schon viel krasser, als wenn du in einem One-Night-Stand sagst, so ey, das funktioniert gerade nicht zwischen uns, kannst du gehen, was so oft vorkommt, wo man einfach überhaupt gar keine Erwartungshaltung hat. Und ich glaube, das Problem ist ja bei ihr jetzt oder in der Situation, dass man etwas so Intimes teilt und dann im Endeffekt aber eine Lüge auch irgendwo daraus gemacht hat. Die natürlich jetzt ein bisschen über allem steht. Nichtsdestotrotz würde ich mir schon raten, es kommt so ein bisschen darauf an, du kannst mit der Tür ins Haus und kannst komplett, sie könnte komplett auspacken und könnte ihm sagen, ey, ich muss dir was sagen, ich habe damals damit angefangen, es war vielleicht nicht so, ich habe mich unsicher gefühlt oder ich wusste nicht so ganz, nur dass du Bescheid weißt, ich komme eigentlich nicht oder ich komme eigentlich nie. Wie sie es aber natürlich auch verpacken kann, ist, dass man so ein bisschen damit anfängt und einfach ganz offen und ehrlich ist es vielleicht dann nicht. Aber dass man zum Beispiel sagen könnte, du, aktuell, ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie... Ach, du bist ja süß. Wollte du jetzt sagen, dass sie erst seit ein paar Wochen keinen Orgasmus hat. Nee, oder dass sie sagt, ich habe da irgendwie, ja, so seit einiger Zeit ein bisschen Probleme, so weißt du. Und nur, dass du Bescheid weißt, ehrlich gesagt, funktioniert das irgendwie gerade nicht so richtig zwischen uns. Und vielleicht probieren wir mal andere Sachen oder vielleicht probierst, vielleicht hältst du einfach mal länger durch. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ob man das jetzt... Also ich glaube, es bringt jetzt nicht viel, das groß zu thematisieren, dass man die ganze Zeit sagt, man hat was vorgespielt. Ich glaube, das fällt unterm Tisch dann einfach, dass man, weißt du, so er kann sich das dann wahrscheinlich schon selber denken, wenn er weiß. Ich glaube, dass das Ding ist, dass man einfach zu sich selber, dass man einfach wirklich kommuniziert, ich kann, wir müssen wirklich reden, ich kann mich nicht fallen lassen. Und im Endeffekt ist es auch so, dass ich nicht kommen kann. Und wenn er fragt, was war die letzten Jahre? Dann sagst du einfach, du, es ist sowieso eine ganz, ganz beschissene Situation für mich. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht so. Und es fällt mir sowieso schon super schwer, überhaupt darüber zu reden, weil ich jahrelang gedacht habe, es ist was mit mir und es hat was mit mir zu tun. Und ich meine, jetzt mal auch ganz ehrlich, das Schlussendliche etwas vorzuspielen, das ist doch eigentlich nur der, wie soll man sagen, dass die Konsequenz von etwas, was noch viel größer eigentlich ist, nämlich, dass man eigentlich selber gar nicht so richtig weiß, wie so der eigene Körper funktioniert und dass man sich eigentlich immer jeden Tag oder einmal die Woche oder einmal im Monat, egal, mit seinem Partner etwas irgendwie Sex hatte, intim wurde und eigentlich das gar nicht so gefühlt hat, weil ich glaube... Dafür ist es viel zu wichtig und viel zu groß, dass du jetzt noch weiterhin mit dieser Situation leben solltest. Voll, es ist viel zu wichtig und viel zu groß für dich, als dass jetzt man sich darüber aufregen müsste, ob du was vorgespielt hast oder nicht. Ehrlich gesagt, wer hätte es nicht gemacht, ne? Also so, lass uns doch mal alle in die Lage versetzen, man hat irgendwie richtig Probleme, zum Orgasmus zu kommen. Ey, ohne Witz, das ist voll überfordernd. So, du willst ja Sex haben, aber du willst ja auch irgendwie, dass es für beide okay ist. Also so, klar, wir müssen, glaube ich, als Frauen vor allem uns bewusst machen, dass wir aufhören müssen, ein Gefallen zu tun. Ich glaube, das ist echt ein großes Ding und weiß ich auch von bekannten Freunden und sowas, dass wir echt dazu tendieren, selbst wenn man nicht so Lust hat oder was weiß ich, dass wir einen Gefallen tun und das ist es nicht. Sex zu haben ist kein Gefallen. Und ich glaube... Für den Mann. Genau, für den Mann. Es ist kein Gefallen, den du jemandem tust oder für die Frau oder egal. Ich glaube, der richtige Weg ist einfach dann auch ehrlich zu sagen, wenn man keine Lust hat, dass man einfach so sagt, okay, was ist das Ding? Wie viele, ganz kurz jetzt auch zum Pillen-Thema. Wisst ihr, wie viele Frauen keine Lust haben aufgrund der Pille zum Beispiel, weil sie einfach überhaupt gar keine Lust finden, weil die Libido sinkt? Es sind so viele Sachen, die von den Männern überhaupt gar keine Idee haben. Ja, weil auch da einfach wenig Wissen herrscht. Und das Wissen kannst du ja nur haben, wenn du darüber sprichst. Oder aber, dass du einfach mal einem Mann sagst, so, es ist halt nicht das rein raus, sondern das ist anders, wie ich stimuliert werde. Und... Gib dir mal mehr Mühe. Gib dir mal mehr Mühe, aber hab auch so ein Gefühl. Achte doch mal drauf, wie ist die Körpersprache? Magst du das? Magst du das? Sei nicht nur in deinem eigenen Film. Das ist ja bei einer Frau genauso. So, weißt du. Ja, aber alles steht und fällt mit dem Gespräch. Also... Ja, und halt auch wahrscheinlich währenddessen auch mal ein bisschen feinfühliger dann zu sein. Ihm mal zeigen, wo es lang geht. Du bist so... Ihm mal zeigen, wo es lang geht. Der will es mir auch gezeigt bekommen. Oh, nein, aber es ist halt voll... Es ist voll krass, weil es als Frau echt schwierig ist. Ja, weil es gehört mehr dazu einfach. Ja, und nicht nur zum Thema Orgasmus, aber wie gesagt, da seine Frau auch einfach zu, wie sagt man, wie sein Mann zu stehen, seine Frau zu stehen und auch dann zu sagen, wenn nein, nein ist. Also es sind so viele Sachen. Ich glaube einfach, dass wir da relativ in einer etwas noch relativ untergegliederten Rolle einfach sind. Ich glaube, das mit den Gefallen hat es am besten getroffen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also das ist das perfekte Beispiel. Oh mein Gott, sorry, ich habe die Uhr ja gar nicht gesehen. Das war ja viel gesagt. Ist doch nicht schlimm. Ist doch gar nicht schlimm, aber ich denke halt immer, ich habe nicht richtig was gesagt und dann fällt mir auf, dass ich voll viel gesagt habe. Nein, das musst du nicht thematisieren, weil das schmälert deine Aussage. Nein, die war richtig gut. Ich war richtig gut, fand ich. Ich habe richtig... Ja, ich glaube auch, viele Frauen werden sich damit identifizieren können und wenn ihr da irgendwie noch was zu sagen habt, unsere E-Mail steht euch immer offen. Wir behandeln alles anonym. Ihr müsst euch für nichts schämen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben alle unsere Probleme mit anderen Themen oder mit diesen Themen und das ist völlig normal. und ja, gesellschaftliche Tabus sind eigentlich der größte Schwachsinn, oder? Voll. Es ist so lächerlich. Wir gehen alle irgendwann von dieser Welt und daher ist es so ein Quatsch, über was wir uns eigentlich Gedanken machen. Ja. Dabei... Ich denke immer, und das ist ja auch das so, wenn mich Leute irgendwie was fragen, solange ich doch niemanden damit verletze, keine Ahnung, ein unangenehmes Gefühl. Ich meine, wenn jemand ein unangenehmes Gefühl jetzt gehabt hat, dann sollte er sich vielleicht fragen, warum ist das unangenehme Gefühl da, aber es ist bestimmt nicht, weil wir jetzt auf jemanden gepointet haben und gesagt haben, du machst das so und du machst das so, sondern es ist eigentlich voll, weißt du, so die Reglementierung und so sind, naja, wie du schon gesagt hast, voller Schwachsinn. Ich, weil, ja, das war's. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns gerne bei Apple Podcast bewerten, auch wenn ihr zum Beispiel uns bei Spotify hört, aber ein iPhone habt, einmal bei Apple Podcast. Du hast, Melli freut sich immer darüber, ne? Voll, ich liebe das. Also ich finde das immer schön. Ich mach, hab auch kurz mal darüber geredet, wie schön es ist, anderen zu sagen, was sie gut machen. Natürlich auch konstruktiv Kritik auszuüben ist auch eine Kunst und sollte auch gemacht werden. Aber ich finde es generell schön, dass man sich wirklich diese Minute, und mehr ist es nicht, einfach die Zeit nimmt, und auch anderen damit zu zeigen, dass etwas gut ist. Das mache ich ja auch, nichts anderes mache ich bei irgendwelchen Restaurantbewertungen, dass ich mich freue, wenn andere aufgrund meiner Empfehlung etwas anfangen oder etwas essen oder irgendwo hingehen. Schickt es auch an eure Freundinnen und Freunde weiter, auch eine Möglichkeit. Melli und ich sind richtige Google-Bewertung-Fans. Wir schreiben immer bei Restaurants, wenn uns was besonders gut geschmeckt hat. Ich möchte in der nächsten Folge kurz über unsere eine Situation mit dem zurückgehenden Essen und das nicht zurückgenommen worden. Wir haben noch eine negative Erfahrung, aber die teilen wir nächste Woche. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben immer noch kein Intro-Outro und wir hören uns nächste Woche. Macht's guti. Tschüss. Wir sind ganz weit entfernt. Warte kurz, ich hab's gar nicht. Oh Gott, warte, warte. Düm, 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 düm. Nein, warte, 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 warte. Das glaub ich grad nicht. Das glaub ich grad nicht. Düm, düm, düm. Düm, 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 düm. Nein, nein. Ja, ach, das ist eine Heiratsmusik. Wie ist es denn? Düm, 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 düm. Düm, das war's. Düm, düm, düm. Nein, warte. Ich hab's nicht mehr am Kopf. Düm, 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 düm. Düm, düm, das war's. Ciao. Tschüss.